Moin Moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Constraint Global Affairs zusammen mit dem Growl wir sind auf mir auch schon unterwegs so ein seltenes Bild in letzter Zeit Joo Hallo Double Whopper Boa Bates Geile Egal, jetzt wirklich ein bisschen Girl, Alter Wolle sind auf B Ja, wir picken auf A so, wir machen Profi-Plays jetzt inzwischen. Bis gucken wo der erste Pick fällt Ja, darum steppen sie hier bis in die Apartments rein, damit man auch ja nicht weiß, dass wir kommen Alter Ja, Lila, stell dich direkt vor meine Fresse, du Vogel Ah, ist ein Pick gefallen Ah, ist noch ein Pick gefallen Ja, wir könnten aber aufbreden Schön für euch Ich räum A so lange mal auf, okay Okay, ich hab keinen Gegner gesehen Easy Drei Kills B, du machst es zu Runden statt Aber nice Danke Mixer Probieren wir mal was Neues aus Gellel Mac-10 Ich finde gar nicht, da hab ich kein Geld Ähm, früher gab's den Play, wenn du relativ zügig den ersten Pick gemacht hast, dass du dann zurückgerannt bist Und dir eine Mac-10 gekauft hast Natürlich, Alter, 62 Schaden nur wegen der Fuck-Flashbang, hey Hund Eine ist erbsgestöhnt, pass auf Machst du doppel spiel, okay Okay, jetzt schon ist einer Aua Aua, ujo, drück mir den Head ab Ich find das mega lustig, wie wenig, wie schlecht die meisten Leute mit ner Ding umgehen können, Alter Mit ner fucking Pistole Rechts Ah ne, du bist tot Ich bin nur schnü Warte Ja, weil mit der Pistole können die meisten irgendwie nicht umgehen, hab ich so das Gefühl Ja, weil man so selten die Pistole spielt Man hat meistens eine Pistolenrunde und dann kauft man eigentlich Ich find die eigentlich ganz geil immer Die Mac-10-Runde war richtig für den Arsch gerade Ja gut, ich bin auch direkt gestorben wegen der Fuck-Flash Da kommt der reingestürmt, der Wichser Pfff, P90 Headshot, ey Noch nicht meine Runde Auf jeden Fall Big Curls ist einer Unterholz müsste eigentlich einer sein, wenn ich mich jetzt nicht irre Ja Ist aber weg Nice Naja, das ist nur noch einer übrig Aber da müsste Big Curls sein Jo, Connector Vorsicht auf den Molotov Ja, ok Ist neu Ne, das ist noch nicht meine Runde Ja, aber so fängt es ja immer an Am Anfang gehen die Klicks leicht von der Hand und dann Es, G, AK, Galileo und AK Alles klar Ich move über Underpass nach A Die haben eine Awe, irgendwo Long, äh, CT Fuck, ich hab'n nicht gekriegt Ist aber Was ist los, was machst du denn? Hab die Awe weg Nein, oh Gott Oh, Capone hat mir da richtig den Arsch gerettet Komm Yes Alter, schwedet er, war knapp Alter, scroll, er ist sie meins Easy Wie Solo A, ne? Ja Das gibt es nicht, alter 87 hab ich ihm gedrückt, 87 in 3 Oder er hat wieder P90, 2 Schüsse oder 3 Headshot Ah, stirbt er nicht, ich hab ihm noch eine volle Salve reingedrückt Ui, nö Nö, na, aufhören möchte ich nicht mehr so Jetzt kann ich wenigstens gucken, was gibt's denn Neues auf Twitter Sascha Die Welt von heute Was denkst du ist Neues? Sonst hab's mal mehr Wadden Oder? Neu Eine Ära geht zu Ende Oh, echt jetzt? Poldis Rücktritt aus der Nationalelf Es ist mir scheißegal Oh Gott Ach du Scheiß, ich bin Solo? Ja Türkischer Außenminister warnt vor neunem Putsch Ja, da würde ich mich auch drüber erschrecken Alter, Schießerei in Köln Täter konnten dir fliehen Was ist schon wieder los, hey, bei der Ne Nice Guter Klick Ich hab keine Zeit mehr Wo ist die Bombe? Mitte Aber es ist eh vorbei Ah, schade Egal, die Aube noch weggeholt Weil zwei Kinder Lärm machen 150 Menschen liefern sich beinahe Massenschlägerei Shut up, dude What the fuck, Alter Warum was los? Ja, Lieder You suck, dude Ich hab vier Leute weggemacht Das ist halt auch richtig, Sascha, was? Bist halt einfach schade Ja, lass euch alle wegficken Ich räum auf You suck Ja, aber schon Nur weil so ein Hurensohn wieder meint Nur P90 spielen zu müssen Und nichts anderes Window steht was Window hat mich weggeholt In der Fliege Nee, meiner Fall ist ja Bommelig bitte Der läuft einfach raus Bist du wahnsinnig? What the fuck? Warum? Oh, weißt du was? Er ist mal ein Toffee-Fucker Oh, guck mal, der wird doch salzig Der ist doch salzig Der Bub Leider, der andere ist gar keiner Heute mal die Bombe Wo hast denn du die fallen lassen, du Held? Mitte, direkt vor Window Wo ist der letzte? Keine Ahnung Ah, tot Alles klar We was deceived from our sentence Ich glaub, der Chat nicht, dass das auf sein Mates abgezogen ist Doch Sieh doch, siehst du Salz haben wir genug WINDOW hat ordentlich eine Nade abbekommen Aber hat halt auch zwei Picks geholt Von hinten kommt was Ja, wo ist denn die Bombe eigentlich? Ja, Haya Kannst du vielleicht die Bombe holen, irgendwie? Das ist ja so viel zu kommen, aber die Awe Da stehen zwei Leute bei Ich will die Awe kurz wegmachen My God, you're such a pussy What the fuck you? Oh lord Nice, I didn't get started Oh fuck, da stehen immer noch zwei bei der Bombe Great Wo denn? Well, at least we have no time after five seconds in the morning That is no time Nice Jo Jo Mal's nicht die schlechteste Runde Hm, geil, was aber auch nicht Ne, ist richtig, aber wenn die zwei sich halt in der Mitte wegholen lassen Einer schießt noch 10-2 ey Was? Läuf bei dir, du schießt immer noch 10-2 und läuf bei dir Ja Muss ja auch mal Oh fuck, das shit Jetzt kommen die sicken Pigs Hast du jetzt ne Awe gekauft? Tatsächlich Hast du eigentlich schon die neue P250, äh, Asimov gesehen? Ja, war ich schon am überlegen, ob ich sie mir zulege, aber Finde ich auch ganz sexy, wenn ich ehrlich bin Bin ja sowieso ein Freund der Asimov-Reihe Ja, okay, das finde ich jetzt eher nicht Sie sieht ein bisschen clownfischmäßig aus irgendwie Alles klar, B rushed einfach auf Spot Und hat's auch noch geschafft Äh, Lila Und er rushed weiter Boah, fuck Arwen damit hat wieder 2 geholt Ja, wir planten gerade Nice Erstmal die Awe face'n Bitch Ja, ist der letzte Nice Willst du ihn nicht mitnehmen? Nö, warum? Ich hab 16k, Alter Warte Okay, dann ist Okay, dann ist Okay, dann ist Okay, dann ist Nice Nice Upper, pass auf Upper Ja, und CT oder so Stairs auch noch was Man, kannst du mir mal helfen, Scroll? Toll Der steht hinter dem Box Danke Sorry, Alter Bleib mal cool, bruh Wo ist noch was? Oh fuck Ab B irgendwo Ich lande mal Ich hör voll die Steps bei mir Hä, der ist B auf ihn Okay Okay Wuhuuu Wuhu Wuhuhu Wuhuhu Wuhu Hörst du auf, Mensch? Miese Fotze, ey Was? Ja, ist richtig Was? Ich hab 16k, Bitches Wenn ich so viel Geld im richtigen Leben hätte Ja, wäre schön Aber ich würde mir so viel Equipment das mal kaufen um würde ich mir auf jeden Fall den 3DS Prozent zum Aufnehmen gönnen aber ich hab so Bock Pokémon aufzunehmen aber es geht einfach nicht, Sascha LOL, alles klar, du hast mir erst mal einen dicken Herder gedrückt Oh Gott! Oh, die P90! Ja, dann gucken wir mal was es weiter noch in der Welt gibt Aber 3DS zum Aufnehmen ist überhaupt mal ne Idee, ich hab einen den ich nicht mehr brauche vielleicht kann man den ja umrüsten lassen Ja, aber das kostet halt, das kostet 300 Euro 300? Ja, das ist ja das Problem Sonst hätte ich, ich hab auch einen den ich nicht mehr benutzt, also ich hab einen 2DS den ich nicht mehr benutzt deswegen hätte ich es halt auch gerne gemacht, aber 300 Euro sind halt 300 Euro 300 Euro ist hart, ja Ich hab's dir echt schon überlegt bei der Capture Card, bei der normalen, ob ich die mir holen soll, weil das war halt auch ein Huni Final Fantasy 15 erscheint erst im November Soll das nicht im September kommen? Jo Oh Oh, warte mal Na Was denn? Nein, Orange Warum? Was hat er gemacht? Wir sind dreimal in dieselbe Richtung gelaufen und die ganze Zeit immer gegeneinander Wir kamen nicht aneinander mit vorbei Jo Ballert mich halt weg Oh 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 Easy 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 Ich hab noch 3 HP, ich kann ja nicht helfen Ein anderes Ding Äh Oh Gott! Was? Never! Never ever! Alter, was ist denn los mit den P90 seit neuestem? Alter, die Headshots sind sehr sick Also die P90s, die sind echt inzwischen krass geworden Ich glaub die haben den, äh, den Headshot Kegel für die P90 erweitert Würde ich mal schätzen Möglich Und ja liebe Leute, ich gönne mir hier mal nebenbei so einen geilen Toffifee Take the Akin, please Gönnt's dir Toffifee? Alter, Toffifee ist schon was geiles Oh ja Leute, Mitte ist durchgefuscht Ja, du war'n kommin B kurz und Move Mensch Ich glaub ne A war auf B kurz, pass auf Ja, A war auf jeden Fall B kurz Ich versuch die weg zu pushen Ich versuch die weg zu pushen Ok, sie ist nicht mehr da Was? Schon wieder so krass'n Headshot Oh Geh unter die Tür Aber woher die Tür ist, alle klar Alter, der Typ, der Piso Hat mir so'n sick'n Headshot gegeben Schon wieder Aber der ist eigentlich richtig scheiße Weißt, der tötet einen, dreht sich instant um und drückt über den One Click mit der AK Ja Oh, ist schon krass Kommen wieder geile Mid-Plays hier Mit der SSG Ja, Mann Alles klar Gut War schon ganz schön geile Mid-Plays Das sind zwei Leute, bitte Einer pusht ihn wieder Und pass auf, kann gleich jemand von hinten kommen Was er pusht? Ander oder was pusht er? Ja, könnte jetzt Ander gegen die Gang sein Möglich Nee, der pusht gerade Orange Ja, ist die Bombe Solltest du vielleicht mal helfen? Gerne, deswegen gehe ich hier gerade nach hinten Okay Der macht das schon Wow, den Bot Der hat so lange für'n Bot gebraucht Loll Easy Nein Zweite Awe Last One Connector Off, be careful Was versucht der? Vielleicht bin man jetzt nicht auch mal durch die Wand durchschießen kann, aber ich glaube eigentlich nicht Die ist zu dick, glaube ich Es gibt nicht umsonst den Counter-Strike durch die komischen Holzwände Jetzt kommt gleich Bombe, das bin defused Ah ne, blau ist noch drauf Der Doppelwobber Ja, das saft natürlich die Orbs Das ist sinnvoll gewesen Ach scheiße, du hast ja auch gar keine Kohle Hm Aber das kann man kaufen Bist du sicher? Ja, also ich hatte gedacht, du hast wieder um die 10.000 bist du Nee, ich bin in den letzten Runden echt oft gestorben Warte, wie viel sind? Ich stehe nur noch 14.6 In der 14. Runde Samt Galil, damit ich nächste Runde auch noch kaufen kann Let's go, let's go, let's go Bldullllllllllg Be- caus度 Be-�ene in einem Musikersprecher ja was dauern will sie mich verarschen die hat ihnen gerade auf palace gezielt ich guck da stairs raus und du siehst sofort auf mir drauf lutsche ich meine es ist immer noch wie kurz ich glaube ich sollte mal gehen hier ich habe nur noch 15 ab das sollte aber reichen naja 6 hp jetzt hat mich der wichser überholt auch noch ich finde man sollte für nicht gestorben auch noch mal was kriegen weil guck mal der das heißt 16 12 warum liegt hier ne arme nimm sie doch mit ja schieß mich an du vollidiot komm ich pushe Mitte sascha gib mir eine deckung auf Mitte hast du ne flash nein bin ich mal bei dir ne ähm ähm houston komm ich komm ich komm ich komm ich komm heul mich pass auf der kommt boah den hab ich weg natürlich bitte ich glaube links von dir war noch was am t spawn den hab ich schon weg gemacht achso 3 auf 1 yes wieder hoch das war nur die hinrunde ich weiß ich bin richtig scheiße 811 16 6 ach geht besser wir haben zwei bots jetzt not good half ja die zwei deutschen haben wahrscheinlich gelieft ja tatsächlich ne der eine ist noch da ne der eine ist noch da ahja der holy prince der heilige prinz der heilige prinz mal los da easy ey ich krieg einfach headshot um headshot in diese folge ich hab nicht der wahnsinn neiii ich muss relausten lol da musst du ordentlich angehettet sein oben stairs vor allem gerade nein der ist gerade hier nach rechts gelaufen da plantet der wichser ne kommt hinten der ist äh CT er soll nur noch 15 h NEIN sorry guys sorry ah ich hab ihn nicht gescheit getroffen fuck alter kill yourself alright fuck you haha lol aber mit solchen leuten kann man wenigstens spielen alter die sind kein die sind kein e10 es geht klar alter 812 richtig scheiße mit komme einer hinter den kisten könntest du sneaky vorgehen ne ist immer noch hinter den kisten ab natürlich er drückt mir schon wieder ne headshot ich hab nur 3 amp hi die battlen through battle wow ich muss mich sogar nicht ab wenns geht oh das würde ich nicht überleben warte mal erstmal den schalldämpfer abschrauben waaa geh natürlich stirbst er nicht waaas natürlich stirbt er nicht waaas wat wat Das ist so lächerlich! Jawohl, Bombe down. Fuck. Der ist unter dir. Nee, die gehen nach B. Nee, die gehen nach A. Nein, die gehen nach B. Fuck, Alter. Der hat schon eine SG. What the fuck? Zweite Runde. Wie kann man hören, dass die nach B gegangen sind? Einer, ja, aber die Bombe ist auf A gerannt. Nein, die Bombe ist doch vom Connector in den Underpass gerannt. Nee, nee, Sascha. Du Lutscher, ey. Lie to me, Bitch. Lutscher. Boah, der Typ denkt auch, weil er mal hier Master Guardian und haste dich gesehen, was muss er nicht auf mich hören, ey. Bitte was war ich mal? Ja, was weiß ich denn, wie dein Rang da hieß? Ich war mal Lämm, mein Freund. Ich war mal Lämm, mein Freund. Ich bin heutzutage nix mehr von. Vor 100 Jahren. War das deine? Ja. Aber da war was. Da war was, Sascha. Warte ich vielleicht schon nochmal rein. Ja, bitte. Achso, du stehst gar nicht mehr da. Nein, ich geh da auch nicht hoch, Alter. Ja, ey. Warte, 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 warte. Pick auf A, oder wo das war? Ja. LOL! WTF, die Bombe ist einfach an mir vorbeigelaufen. Nein, ich wollte nur die Waffe haben. Du Pisser. Wartest du wohl selbst auch nur um, oder nicht? Nein, ich hab eh gar nicht gemacht. Oh lord, sag das doch. Dann hättest du dir meine zugebrochen. Du bist zu eh. Fuuuck. Fuuuck. Arm has been planted. Feier dich selbst halt. Und dann kriegt er erst meine Law to play. Move it, move it. I like to move it, move it. Ja, natürlich. Ich darf jetzt mit meiner fucking... Ich bin geflasht, Mitte. Bombe down. Ist das bei A? Ja, anscheinend. Hinten durch, Achtung, hinten durch, hinten durch. Ja, hab ich gesehen. Aber ich bin durch auf A. Das ist gut. Bombe ist action. Der smoked hier weg. Oh oh. Ich werd eingekesselt. Ich werd eingekesselt. Ich werd eingekesselt. Ja, ich komm. Fuck! Mann, ich schieß aber auch gerade scheiße. B, oder? A. Alles klar. Alter, hab ich die gefressen. Fuck. Natürlich, Alter. Halt dich gesehen. Halt dich gesehen. Horrisch. Fast defuse. Defusing the bomb. Nein, nein. Links! Nice. Good job. Komm, das schafft er noch. Hat er. Ja klar. Komm. Do it. Yes. GG. Ja, ja. Mit dem. Sehr gut. Fuck, Alter. Es war nicht gut, die Runde, ey. Hat er mich wieder weggepickt, der Wichser. Wer will die Aabe? Wird sie nehmen, dann kann ich ne Echo machen. Na gut. Aber, orange sieht so aus, als wenn sie sie haben möchte. Ne, doch nicht. Er geht da Mitte, okay? Jo. 2 Leute Mitte. Okay. Bot Eugen ist schon weg. Fuck! Mann! Hat er dich weggemacht? Ja, natürlich. Als wenn ich sonst so rage'n würde. Vielleicht, wenn du nicht getroffen hast. Das hab ich auch manchmal. LOL! Wie kommt denn der da rein? Leather wound? Gepusht vielleicht? Ich hab das aber nicht aufgeschossen gehört. Der muss gepusht, äh hochgeboostet worden sein. Jo, vielleicht auch das. WTF? Aber ich bin grad so hart aufs Maul. Gegen drei vor allen Dingen, gell? Ja. Ja, das ist so... Vielleicht traurig. Wir haben ne Echo. Ja, aber ne volle Echo. Ja, aber da hat jemand gekauft. Scheiße, ne? Lass mal, lass mal pushen. Wo? B. B. Ne. Wow, geil. Ich kenn nach A. Ne, lass hier. Durch den gehen. Da steht er doch schon bereit mit seiner Arbeit. Nö, nö. Doch! Also der hat uns auf jeden Fall gesehen. Die sind hier. Ne, doch nicht. Müssen wir schnell sein. Der Bot holt einen weg. Habe mich gesmoged. Da ist, kommt! Da sind sie! Ja! Oh, das war der Bot. Fuck! Hab einen. Glaube ich. Ja. Hab ne A. Scrawl, du hast nen Bot weggemacht. Ja, man. Ich hab ne Gel. Ich hab ne. Nein, ich hab ja aber ne. Loll, Window, 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 Window. Letzte. Mann, warum ficken sie mich denn immer alle weg? Nice. Alter, das war ne gute Echo. Loll, der Knabe. Was war das für ne Echo schon wieder, Alter? Keine Ahnung. Die richtigen Runden holen wir nicht. Und die Echo's schon. Das ist mega random. Das ist halt echt richtig dumm, Mann. Alter, bin ich scheiße! Das ist wohl korrekt. Da ist jemand Apartment. Die Russian Apartment. Nice, Sascha. Gute Arbeit. Wo? Yo, Ben. Hey, der ist gerade gestorben durch ne Nate. Ja, umso besser. Ich bin mir nicht sicher, ob der letzte da noch ist. Ist er! Natürlich kommt's! Ach komm, es ist doch lächerlich! Was los? Ja, der kommt eigentlich schon wieder schießend um die Ecke und trifft mich natürlich! Mann, ey! Komm, ich will noch wenigstens 2 Kill machen, dann hab ich ne 2-0-OKD. Ich würde gerne noch positiv werden. Aber das wird eng. Das wird echt eng, Alter. Oh, die Pistolen klingen so scheiße, Alter! Ich bin zu langsam für Mitte. Fuck. Lol, ich hab ihn nicht getroffen! Ich brauch Support Mitte, bitte! Oh, Orange kommt! Der schießt hier rein! Underpass, Underpass! Ja? Ja! Ich krieg doch die ganze Zeit die Schüsse hier rein! Hab ihn! Nice, danke! Habt ihr den hinten durch auch? Ne, aber ich hab ihn! Nice! Huh! Klose, mit 30 HP hätte der mich gehittet, wäre ich tot gewesen! Ah! Pfff! Das ist eigentlich traurig, dass wir nochmal so hart aufs Maul gekriegt haben hier in dem Game. Ja. Ah, sie haben halt getrunken, das ist okay, finde ich. Wir haben Pick auf A. Na, ich geh rüber und guck. Loll, von wo?! Das ist aber nicht so gut, Lolle. Never! Das ist aber nicht so gut, Lolle! Über! Ne! Also, sorry, aber ne! Der hat mich niemals gesehen! Sascha, noch eine, äh, noch vier über... Okay. Da links! Oh Gott! Ich bin angehitten von der Gmeich! Der andere pusht von hinten, Achtung! Kannst reingehen! Der andere pusht jetzt! Hol die Awe, hol die Awe! Okay, letzter noch! Aber Ron ist verloren! Lauf, Junge! Save die Waffe! Arsch! Fuck, Alter! Man, hey, wie kann das sein, dass der mich da weggeholt hat? 100%ig cheat, bitch! Erstmal melden! Ha! Voll! Hm, 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 hm! So, Konzentration jetzt hier runter! Ah, ja, mal gucken! Ja, mal gucken! Okay, so, du A. Äh, B. Loll, das kann nicht sein! Wie kann der schneller sein als ich? Ich bin ohne irgendwelche Probleme durchgekommen! Komm zu dir! Be careful mit 1-Op! Nee, das sieht aber recht feuer aus! Ja, das ist A. Okay. Guck mal! Da ist unser Mann im Connector! Ja, Gott sei Dank! Na, kommt! Das wär mein Kill! Ihr Lutscher! Oh, jetzt bin ich auch noch dritter geworden, hey! Eieieiei, warte ne Runde, ey! 15, 19 waren nicht mal so wirklich gut! 21, 12, auch nicht so gut! Naja, geht durch! Naja! Seben! Gut, ne! Ui, gegen 2 Gold, nur war 3's! Wow, alter! Ja! Hätte man als Upranked Match ansehen können! Nein! Doch! Mein Upranked Match war gegen Nova 4, falls du dich erinnerst! Ne, weiß ich nicht mehr! Ist zu lange her! So, liebe Leute, das war eine neue Runde Counter-Strike! Love and Offensive! Vielen Dank für uns, bis zu sehen! Schaut beim Scroll vorbei! Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid! Haut rein! Ciao! Ciao!